Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Folge 15 der Reihe über Geschichte und Fiktion und heute soll es um einen Roman gehen, um den Roman von Klaus Mann, Mephisto, der im Jahr 1936 im Exil erschienen ist. Dieser Roman wurde sehr oft auch als Schlüsselroman bezeichnet, weil in diesem Roman sehr viele Personen auftauchen, die in der Realität zu finden sind. Und bei Mephisto handelt es sich um den großen Schauspieler Gustav Gründgens, der in diesem Roman auch abgebildet ist. Wobei man eben sehr vorsichtig sein muss mit dem, was man da sagt. Klaus Mann hat immer gesagt, ich habe einen Typus beschreiben wollen und nicht eine lebende Person. Bevor wir uns diesem Roman zuwenden, eben einiges über Klaus Mann und sein Leben, weil dieses Leben, das er da geführt hat, vor allem dann auch in den 20er und 30er Jahren mit seiner Schwester Erika zusammen, hat ihn zusammengebracht mit Theatermenschen, unter anderem Gustav Gründgens. Und all diese Erlebnisse sind dann in diesen Roman eingegangen. Klaus Heinrich Thomas Mann wurde geboren am 18. November 1906 in München und sein Vater war der berühmte Thomas Mann, der über seine Frau Katja Mann, geborene Bringsheim, mit einer Frau verheiratet war, die jüdischer Herkunft war. Die Eltern von Katja Mann waren berühmte Menschen in der Kulturszene. Die Großmutter Hedwig, eine bekannte Feministin, der Großvater, Gründer der Zeitschrift Gladere Dutch. Ihre Tochter Hedwig, die Mutter von Katja Mann, hat einen Mathematiker geheiratet, Alfred Bringsheim. Sie selber war Pianistin. Also Klaus Mann heiratete in eine großbürgerliche Kulturfamilie hinein. Und in dieser Familie wurden dann die Kinder geboren, eben Erika Mann 1905, Klaus Mann 1906. Es kamen dann noch vier weitere Kinder, Golo, Monika, Elisabeth und Michael. Und diese Familie war sehr, sehr beeindruckend. Die Kinder wurden sehr oft von den Eltern allein gelassen, weil die Eltern auf Reisen waren. Gouvernanten haben die Kinder erzogen. Und so erkrankte Thomas Mann eben auch 1915 zum Beispiel an einer Blinddarmentzündung, die er fast nicht überlebt hätte, weil niemand die Krankheit so früh entdeckt hat. Er besuchte das Gymnasium, die ersten Schreibversuche kamen, er war verfasst mit Freunden, zusammen eigene Theaterstücke. Und diese Theaterstücke wurden von ihm und seiner Schwester mit Begeisterung eingeübt. Die beiden waren schwierige Kinder und wurden auch sozusagen aus der Schule rausgeschmissen und kamen dann in Privatschulen, Klaus Mann in die berühmte Odenwald-Schule. 1923 kam Klaus Mann zum ersten Mal nach Berlin, war begeistert, ging dann aber von Berlin fort nach München und verlobte sich 1924 mit Pamela Wedekind, der Tochter des verstorbenen Frank Wedekind. Und diese Pamela Wedekind findet man als Person Nicoletta in dem Roman wieder. Er wollte Tänzer werden, das war in der Familie nicht gewünscht. Er wurde literarisch tätig, ging nach Berlin, Theaterkritiker. Seine Schwester Erika war zu dieser Zeit Schauspielerin Berlin und er schrieb ein Stück für sie, Anja und Esther, das uraufgeführt wurde und große, große Erfolge hatte. Er ging nach England, Paris, eine Mittelmeerreise, Nordafrika, eine Reise in die Welt des Orient. Klaus Mann und seine Schwester waren Menschen, die die Welt kannten, die nicht eben immer nur in Deutschland blieben und von daher einen Horizont hatten, um den man sie nur beneiden konnte. Klaus Mann schrieb seinen ersten Roman, Der Frömmetanz, in dem er seine Homosexualität auch thematisch verarbeitete. Und er lernte im Winter 1925 nun gemeinsam mit seiner Schwester den Schauspieler Gustav Gründgens kennen, der sich ein Jahr später im April mit Erika verlobte. Im gleichen Jahr hatte Klaus Mann beabsichtigt, Pamela Wedekind zu heiraten. Dazu kam es nicht, weil Pamela ihm beschied, dass sie den Schriftsteller Karl Sternheim heiraten wollte. Die jungen Menschen lebten nun in Berlin in einem Kreis von Zeitgenossen, die sich durch große Liberalität, auch gerade was Sexualität angeht, auszeichnete. Die Freunde um sie herum und sie selbst waren Homosexuelle, Bisexuelle, Lesbierinnen, Queerleute. Und das ist nun etwas Außergewöhnliches in dieser Durchformuliertheit, wie wir das um diesen Kreis herum finden. Und dort hinein kam eben Gustav Gründgens, der ja auch Homosexuelle oder Bi war und belebte diese Gesellschaft. Im Folgenden werde ich einige Stellen zitieren, die ich aus einer Magisterarbeit genommen habe von Lukas Puckern, Brünn, 2010. Und die war sehr hilfreich in der Vorbereitung für diese Sitzung. Jetzt die erste Begegnung eben mit Gründgens. Klaus Mann hat 1942 eine Autobiografie herausgegeben, Wendepunkt, da beschreibt er diese Clique. Erika war sehr jung, auch Pamela und Gustav Gründgens. Wir waren alle noch halbe Kinder, als wir uns in Hamburg zusammenfanden, um ein Stück Anja und Esther aufzuführen. Gründgens war der vielseitige Star der Hamburger Kammerspiele, die sich unter der Direktion Erich Ziegel zu einer literarischen Bühne ersten Ranges entwickelt hatten. Er glitzerte und sprühte vor Talent, der charmante, einfallsreiche, hinreißende, gefallsüchtige Gustav. Ganz Hamburg stand unter seinem Zauber. Welche Verwandlungsfähigkeit, welche Virtuosität der Dialogführung, der Mimik, der Gebärde, sein Repertoire umfasste alle Typen und Altersstufen. In einer seiner jähen, intensiven Launen verliebte er sich in mein Stück. Vor allem reizte ihn die Idee, Anja und Esther mit Erika und Pamela in den Titelrollen herauszubringen. Und ich, der Autor, sollte auch mitspielen. Gustav hatte es sich in den Kopf gesetzt. Seine Einladung, die in Form eines stürmischen Telegramms an mich erging, kam mir höchst überraschend. Ich hatte niemals daran gedacht, mich als Schauspieler zu versuchen. Aber warum schließlich nicht? Es würde ein neues Abenteuer sein, ein reizvolles Experiment. Ich sagte zu, auch im Namen von Pamela und Erika. Die erste Begegnung mit Gustav bleibt mir unvergesslich. Mit dem Elan eines neurotischen Hermes drang er in unser Hotelzimmer ein. So leichtfüßig war sein Gang, dass man nicht umhin konnte, seine etwas abgetragenen, aber doch irgendwie sehr schicken Sandalen mit misstrauischem Blick zu streifen. Gab es dort keine Flügel? Nein, auch war es kein antikes Göttergewand, was ihm da mit edler Nachlässigkeit um die Schultern hing, sondern nur ein schäbiger Ledermantel. Er war schön. Die gerade etwas zu fleischige Nase, die stolzen Lippen, das markante Kinn, alles war von kräftiger und reiner Bildung. Die leichte Verzerrtheit seiner Mine war wohl auf das Monokel zurückzuführen, welches er wegen starker Kurzsichtigkeit trug. Wenn auch seine Haltung im Umgang mit Menschen, vor allem mit solchen, an deren Urteil im Gelegensein mochte, von krampfhafter Nervosität und fahriger Unsicherheit war, so gewann er doch Selbstsicherheit und Äquilibrium, sobald er sich in seiner eigentlichen Lebens- und Arbeitssphäre auf der Bühne befand. Wie hilflos, wie beschämt ich mich fühlte, wenn ich meine eigenen ungelenkten, schauspielerischen Bemühungen mit Gustavs Angeborener und bei aller Jugendlichkeit schon erfahrener Bravour verglichen. Ich sollte den Kaspar spielen, während er sich mit der recht undankbaren Rolle des düster gehemmten Jakob begnügte. Aber auf den Proben kümmerte er sich kaum um seinen eigenen Text, sondern war vor allem ein Regisseur, der uns alle mit bemerkenswerter Autorität leitete und überwachte. Mit welch zärtlicher Behutsamkeit er Erika beriet und ermutigte, wie er Pamela zugleich zu lockern und zu zähmen wusste. Mit mir aber hatte er die ärgste Mühe. Er machte mir alles vor. An dieser Stelle, Klaus, würde ich etwas assiger sein. Du verstehst doch, was ich meine. Ein kleines Lächeln, hintergründig, perfid. Nein, nicht so. Längst nicht assig genug. Versuche es noch einmal. Zitiert nach Eberhard Spangenberg Karriere eines Romans Mephisto, Klaus Mann und Gustav Gründgens. Die Uraufführung fand 1925 in Hamburg und München statt. Die Hamburger Veranstaltung war ein durchschlagender Erfolg. Und noch mal ein Zitat, Klaus Mann. Ich sehe mich noch mit Gustav hinter den Kulissen stehen, gespannt, gleichsam sprungbereit in Erwartung unseres Stichwortes. Gustav sieht recht imposant aus in seinem mönchisch strengen dunklen Kostüm, die Augen ein wenig schielend für Hysterie unter dem barocken Putz der flammendroten Perücken. Er hat den Arm um meine Schulter gelegt. Wir lauschen im Dialog auf der Bühne dem lyrisch bewegten, leidenschaftlich pointierten Zwiegespräch zwischen Anja und Esther. Ist sie nicht wundervoll? Haucht der mit dem Flammenhaar an meiner Seite ihre Stimme? Und ich weiß, welche der beiden Stimmen er meint. Ich hatte es gut in Hamburg. Die Tage mit Erika, Pamela, Gustav und einer bunten Auswahl von neun Freunden, die Abende im Theater, die Nächte in den Kaschemmen und Matrosendanzings von St. Pauli. Alles war danach angetan, mich restlos glücklich zu machen. Wie lange? Sechs Wochen lang oder acht. Meine Unrast oder meine Angst vor Wiederholung, Monotonie und Überdruss ließ mich niemals an einem Ort bei einem Freundeskreis einer Beschäftigung verweilen. Es dreht mich fort. Alkohol, auch Drogen, ein sexuell sehr freizügiges Leben, das ist charakteristisch für diese Clique. Um Klaus Mann und Gustav Gründgens und Erika Mann. Sie reisen sehr viel. Im Oktober 1927 reisen Klaus und Erika in die USA, wo sie herzlich aufgenommen werden. Klaus Mann schreibt, sie lernen eine neue Freundin kennen, Therese Giese, die auch wohl in dem Roman Mephisto erscheint und auch eine lesbisch orientierte Frau war. Er begegnet Gottfried Ben, der ihn zunächst sehr beeindruckt und dann immer mehr befremdet. Und er kennt schon lange gemeinsam mit seiner Schwester vor 1933, welche Gefahr auf das Deutsche Reich durch den Nationalsozialismus kommt. Die beiden versuchen dann auch immer, den Vater und die Mutter zu agitieren, was ihnen zunächst nicht gelingt, aber dann ganz klar wird, weil eben mit der Machtergreifung 1933 wird klar, was das für ein Unrechtsstaat, Terrorregime werden wird. Nach der Machtergreifung müssen die Manns Deutschland verlassen. Einer nach dem anderen geht ins Exil. Gustav Gründgens aber bleibt. Es sind seine wichtigsten Jahre von 1926 bis 1932. Er spielt in Hamburg, er führt Regie in Hamburg. Er geht nach Berlin zu Max Reinhardt. Hamburg war damals Provinz, nur Berlin war etwas, was bei Schauspielern zählte. Und er wird nun in diesen Jahren vor der Machtergreifung zu einem vielbeschäftigten Darsteller. Der Theaterkritiker Friedrich Luft hat über ihn geschrieben, auch vor allem über seine wichtigste Rolle, die er dann gespielt hat, nämlich die Rolle des Mephisto. Gründgens erster Aufstieg begab sich in der Sphäre der verbrecherischen, der neurotischen, der moralisch und nervlich jeweils hochgradig gefährdeten Typen. Er war der anrüchige Monokelträger mit dem harten, kahlen Kopf und den sonderbar leeren, stechenden Augen. Er wurde genutzt als der Schofel, der dahin schwelende Schurkentyp oder als der Unheil vor Tyrannische. Die Operette griff nach ihm und nach der nonchalanten Fertigkeit, mit der er auch noch ein läppisches Chanson an den Mann bringen konnte. Fragwürdige Theaterkönige der Epoche zwischen den Weltkriegen erkannten seine populären Fähigkeiten bald und stellten ihn aus als den duslich-läppisch-charmanten, leerlaufenden, komischen Gatten der Lieselotte von der Pfalz. Er schoss auf eine unnachahmlich wurstige und zugleich präzise Weise seine Lieder ab, dass die Leute jauchzten. Sein Typ, sein Fach, seine Art kamen der Zeit ihrer Auflösung und Unsicherheit sehr entgegen. Den Genuss, den gerade diese sonderbare, geniale Epoche am Neurotischen hatte, konnte er befriedigen wie wenige sonst. Er war noch blutjung, aber er spielte zumeist die Gestalten, die schon ihre Erfahrung mit der Sünde gemacht hatten. Das Glitzernde, Kalte, Undurchschaubare, das auf eine attraktive Art Ekelhafte und Abstoßende gehörten zu dem extremen Rollenfach, in das man ihn stellte. Gründgens ist in jenen schnellen und aufgeregten Jahren in immer neuen Gewändern des Zwielichtigen aufgetreten, sei es im Film, sei es auf der Bühne. Damals erfolgten auch schon seine ersten Versuche auf dem Gebiet der Regie, im Schauspiel und in der Oper. Er scheint sein Fach gefunden zu haben. Die Rancune, der blanke Szenenterror, das krankhafte Gefährdete, ist seine Domäne. Nun kommt Gründgens eben nach Berlin und das Schicksal wollte es, dass sein Aufstieg gerade in die Zeit fällt, als die nationalsozialistische Partei die Herrschaft im Deutschen Reich übernimmt. Gründgens hat ja den Mephisto im Faust I im Dezember 1932 gespielt, den Faust II ab Januar 1933 und kurze Zeit später, neun Tage später, übernahm Hitler die Macht. Bereits 1929 haben sich Erika Mann und Gustav Gründgens scheiden lassen und sie blieben aber in Verbindung, doch die Beziehung kühlte sich ab, auch mit Klaus Mann. Und nun schrieb Klaus Mann ein Buch, in dem er eine Person entwarf, Gregor Gregori, das schon an Gustav Gründgens erinnert, an den Hendrik Höfen, Höfgen im Roman Mephisto. Es gibt sehr viele Parallelen zwischen dieser Person und dem Mephisto. Sie sind weitgehend identisch, so schrieb die Literaturkritik beide, die stilisierte Figur des einen Typs, der in seinem Drang zum Erfolg und mit seinem Karriere streben, zum Affen der Macht und zum Klauen, zur Zerstreuung der Mörder im Dritten Reich wurde. Also gerade was das Äußere angeht, sein Gesicht, seine Hände, ja, seine Augen auch vor allem, auch Momente des Lebens, ähnliche Situationen, in die beide Personen gestellt werden. Und so hat man immer wieder festgestellt, dass die Figuren, die wir eben in diesem Roman und dann auch in Mephisto finden, historische Vorbilder hat. Als Idlan die Macht kommt, ist Gründgens im Ausland, kehrt dann aber zurück, ja, begründet das auch mit empathischen Gefühlen, dass er eben eine jüdische Freundin gehabt habe und Menschen von ihm abhängig gewesen seien. Und er wird im Dritten Reich große Karriere machen mit Hilfe von Göring. Klaus Mann hingegen geht ins Exil. Seine Bücher werden schon im Mai und Juni 1933 öffentlich verbrannt. Die beiden, die Mannskinder, sind links eingestellt. So besucht Klaus Mann dann 1934 als Gast den ersten Allunionskongress der Sowjetschriftsteller in Moskau, distanziert sich aber dann auch von diesem Art Kommunismus in der Sowjetunion. Er lebt im Exil in Amsterdam. Dort gibt es einen Exilverlag, den Querido-Verlag, der viele Bücher herausbringt, die eben im Deutschen Reich verboten sind. Und dort kann nun 1936 das Buch Mephisto erscheinen. Es ist schwierig, als Homosexuelle oder Lesbierin in dieser Zeit zu leben. So muss Erika Mann schon 1935 wohl aus diesen Gründen auch heiraten. Im Exil, sie heiratet dann einen Briten, den Literatenorden, und bekommt so die britische Staatsbürgerschaft. Klaus Mann lernt im Exil viele Männer kennen, die auch berühmte Männer, die auch seine Lebensgefährten geworden sind. Thomas Queen Curtis zum Beispiel. Er muss sich mehreren Entziehungskuren unterwerfen, aber ist immer wieder auch politisch aktiv als Journalist, zum Beispiel im Spanischen Bürgerkrieg, als Reporter vor Ort, wo er für die Pariser Tageszeitung schrieb. Die Eltern sind in die USA emigriert, gingen dort auf Vortragsreisen, die Kinder besuchen sie. Klaus Mann wird dann Herausgeber 1941 bis 1942 einer antifaschistischen Zeitschrift, die aber sehr bald eingestellt werden muss. Erika Mann arbeitet für den BBC, lebt mit dem Arzt und Schriftsteller Martin Gumpert zusammen. Und 1942 erscheint Klaus Manns autobiografische Erzählung »The Turning Point«, »Der Wendepunkt«, die er auf Englisch schrieb und die er dann später ins Deutsche übersetzt hat. Er trat in die US-Armee ein, um auch aktiv den Nationalsozialismus zu bekämpfen. Die Einberufung nach der freiwilligen Meldung verzögerte sich jedoch wegen einer nicht ausgehaltenen Syphilis und vor allem auch das FBI ermittelte gegen ihn. Er lernte mit Entsetzen den Rassismus in der Armee kennen, den Rassismus, mit dem weiße, mit farbigen Soldaten Piercys umgingen, war entsetzt. Schließlich konnte seine Einbürgerung 1943 erfolgen. Er war Staatsbürger der USA und ging mit dem Truppentransport der 5. US-Armee nach Nordafrika. Er arbeitete für den Nachrichtendienst. Er wollte in Nachkriegsdeutschland eingesetzt werden, was man ihm jedoch nicht gestattete. Er hatte die Aufgabe, als deutschsprachiger Soldat der US-Armee deutsche Kriegsgefangene zu verhören und eben herauszubekommen, was sie dachten und wie man sie einzuschätzen hatte. Er kam dann nach dem Kriegsende als Sonderberichterstatter der Armeezeitung Stars and Stripes nach Deutschland und interviewte unter anderem Hermann Göring. Er wurde aus der Armee entlassen, lebte dann in Rom, Amsterdam, New York und Kalifornien und konnte nicht mehr in Deutschland heimisch werden, denn er erkannte, dass in Deutschland eine wirkliche Aufarbeitung des Dritten Reiches nicht stattfand. Er schreibt, Ja, ich fühlte mich wie ein Fremder in meinem Vaterland. Ein Abgrund trennte mich von meinen früheren Landsleuten. Wo auch immer ich in Deutschland war, begleitete mich das nostalgische Leitmotiv, es gibt keine Rückkehr. Er lebt dann auch in Kalifornien bei seinem Vater. Ein erster Suizidversuch folgt, Schreibschwierigkeiten und sein Tagebuch 1949 beginnt mit den Worten, ich werde diese Notizen nicht weiterführen, ich wünsche nicht, dieses Jahr zu überleben. In Cannes, wo er hingegangen ist, um seinen letzten unvollendeten Roman The Last Day zu bearbeiten, begeht er Selbstmord, eine Überdosis Schlaftabletten in Cannes und stirbt am 21. Mai 1949. Er wird in Cannes beigesetzt, wieder die Eltern noch Erika sind bei der Beerdigung dabei, weil sie auf einer europäischen Vortragsreise waren. Das ist das Schicksal, das traurige Schicksal dieses Mann-Sohnes. Gustav Gründkens hingegen hat steile Karriere gemacht, im Dritten Reich und auch nach dem Dritten Reich. Er hat sich in zweiter Ehe nach Erikamann verheiratet mit der Schauspielerin Marianne Hoppe und ihre Homosexualität, also seine Homosexualität und ihr Lesbentum war in der damaligen Öffentlichkeit kein Geheimnis. Man hat einen Spottvers auf sie gedichtet, Hoppe, Hoppe, Gründkens, die kriegen keine Kindkens und das hat seine Gründkens. Oder Hoppe, Hoppe, Gründkens, die kriegen keine Kindkens und kriegt die Hoppe, Kindkens, dann sind die nicht von Gründkens. Er wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg inhaftiert, im Rahmen der Endnazifizierung, aber viele Schauspieler und auch andere Menschen haben sich für ihn eingesetzt. Unter anderem Ernst Busch. Er selbst hat sich auch eingesetzt, zum Beispiel für die Frau von Göring, die Emmy Göring, die ja auch Schauspielerin war und die ihm wohl auch geholfen hat, Kontakt zu ihrem Mann zu finden im Dritten Reich. Er hat auch Veit Haaland, den Regisseur von Ju Züss, verteidigt. Er machte eine steile Karriere nach 1945, wurde Generalintendant in Düsseldorf, Hamburg, adaptierte seine Hamburger Faustinszenierung 1960 für den berühmten Film Faust mit Will Quattflick als Faust und sich selbst in der Rolle des Mephisto. Das ist ja ein Film, den viele von Ihnen auch gesehen haben werden. Er besaß ein Ferienhaus auf Madeira und begab sich 1963 nach Beendigung seiner Intendanz am Deutschen Schauspielhaus auf eine Weltreise. In der Nacht vom 6. zum 7. Oktober 1963 starb er dabei in Manila auf den Philippinen an einer Magenblutung, die von einer Überdose Schlaftabletten ausgelöst wurde. Ob es ein Suizid oder versehen war, wurde nie eindeutig geklärt. Er ist einer der berühmtesten und bekanntesten Schauspieler in Deutschland gewesen geblieben. Es gab, gibt einen Gustav-Gründchen-Preis seit 2011 in Hamburg und er war unantastbar in Nachkriegsdeutschland. Was dazu geführt hat, dass der Roman, auf den ich nun zu sprechen komme, Mephisto, auch lange, lange in der BRD verboten war. Ein Schlüsselroman, so heißt es, was er stets auch verneint hat. Klaus Mann hat immer gesagt, ich wollte Typen beschreiben und bei diesen Typen hat er zurückgegriffen auf bekannte Menschen, aber er hat immer betont, dass er nicht eben identisch Gustav Gründgens beschreiben wollte. Worum geht es? Der Roman beginnt 1936 mit dem Geburtstag des Ministerpräsidenten von Preußen, der seinen 43. Geburtstag feiert im Berliner Opernhaus. Die ganze Prominenz ist da, der Staatstheater, Intendant Hendrik Höfken, er hält eine Rede auf den Ministerpräsidenten, der erscheint mit seiner Ehefrau Lotte Lindenthal. Und nun, sobald man anfängt zu lesen, es unwillkürlich sucht man nach den historischen Vorlagen, gemeint ist natürlich einmal Göring, auch Goebbels erscheint in dieser Szene und die Ehefrau von Göring, Emmy Göring. Dann kommt es zu einer Rückblende und es wird geschildert, wie dieser Hendrik Höfken seit Mitte der 20er Jahre seine Karriere macht. Man begegnet ihm, Otto Ullrichs, Hans Miklas. Das sind nun alles Figuren, die auf historische Personen zurückgehen, zum Beispiel auch Dora Martin, eine berühmte Schauspielerin aus Berlin, die genau, die jüdisch ist und in diesem Roman erscheint und dann eine Geliebte von Hendrik Höfken, Juliette Martens. Und man hat in Dora Martin sehr schnell Elisabeth Bergner erkannt. Andere Figuren, Otto Ullrichs, ein kommunistischer Schauspieler, der im Dritten Reich umgekommen ist. Dann wieder Hans Miklas, eine Mischfigur, die aus mehreren Persönlichkeiten wohl zusammengestellt wurde. Und Juliette Martens hatte auch eine historische Vorlage. Andrea Mangabell. Und zu dieser Pioci hat nun Höfken eine sadomasochistische Beziehung. Man lernt Höfkens Kollegin Nicoletta von Niebuhr kennen, die mit einer Barbara Bruckner befreundet ist, der Tochter des Geheimrats Bruckner. Und Barbara Bruckner, das wird sehr schnell klar, ist Erikamann und Nicoletta von Niebuhr Pamela Wede kennt. Nicoletta und Barbara sind befreundet. Nicoletta ermutigt Höfken, um Barbara zu werben. Schließlich heiraten die beiden. Nicoletta macht eine steile Karriere als Schauspielerin auf der Bühne, aber sie gibt ihre Schauspielkarriere auf, als der Schriftsteller Theophil Marder, alias Karl Sternheim, verlangt, dass sie ihre Karriere aufgeben soll, um seine Frau zu werden. Nicoletta von Niebuhr reist zu ihm und bleibt an seiner Seite, an der Seite eines 30 Jahre älteren Mannes. Hendrik Höfken äußert sich einmal hinter der Bühne über Lotte Lindenthal, die spätere Frau von Göring. Sie sei eine blöde Kuh und das wird ihm später, nach der Machtergreifung, große Probleme erst mal machen. Aber es gelingt Höfken immer wieder durch Fürsprache von berühmten Personen die Kurve zu kriegen. Die Jüdin Elisabeth Bergner, Dora Martin, verhilft Höfken zu einem Engagement am Staatstheater Berlin und dort macht er dann Karriere. Sie beschreibt ihn einfach als durch und durch eigentlich schlechten Kerl und faszinierend, so in dem Roman. Höfken und Barbara heiraten, aber schon kurz nach der Hochzeit ist das Zerwürfnis zwischen beiden offensichtlich. Barbara, die aus einem großbürgerlichen Hause stammt und Höfken, der aus einer kleinbürgerlichen rheinischen Familie kommt, das geht nicht gut zusammen und schon bald mietet Höfken in einem entlegenen Stadtteil Berlins ein Zimmer für die Pioci Juliette und trifft sich heimlich mit ihr. Er probt den Mephisto im Faust und genau und als nun die Nationalsozialisten zur Macht kommen und Höfken erstmal Angst hat zurückzukehren aus dem Ausland und gelingt es Freunden von ihm die Frau des preußischen Ministerpräsidenten Lotte Lindenthal für ihn einzunehmen. Sie legt ein gutes Wort für ihn ein. Er kann zurückkehren nach Berlin, wird vom Ministerpräsidenten wohlwollend aufgenommen und kann nun spielen und machen was er will. Er setzt sich ein für die Freilassung seines Freundes Otto Ulrichs, den die Nazis als Kommunisten ins KZ gesperrt haben. Aber letztendlich wird das nicht helfen, denn kaum ist Otto Ulrichs wieder in Freiheit, wird er im Untergrund weiter gegen die Nationalsozialisten arbeiten und schließlich wird er hingerichtet werden. Das heißt Erbe Selbstmord begangen, aber es ist eine Hinrichtung. Höfken bekommt heraus, dass die Öffentlichkeit erfahren könnte, dass er eine Beziehung zu der POC Juliette hat. Er zwingt sie mit sehr brutalen Methoden nach Paris zu gehen, ihn zu verlassen. und wo er sie finanziell unterstützt, aber das ist also sehr brutal, wie er das macht. 1934 lässt er sich laut Roman von Barbara scheiden, wird dann Intendant im Berliner Staatstheater und kauft eine riesige Villa in Grünewald. Grünewald holt seine Schwester und seine Eltern. Er heiratet nun Pamela Wedekind, um auch endgültig mit dem Gerücht, er habe ein Verhältnis mit einer BSC Schluss zu machen. Nach dem offiziell Selbstmord genannten Mord an Otto Ullrichs Plagenhöfgen Gewissensbüsse, er spielt daraufhin die Rolle des Hamlet, des Zweiflers, des Zauders sehr schlecht, was ihn wirklich herunterreißt und als nun eines Abends ein unbekannter Mann durch das Fenster in seiner Villa in sein Arbeitszimmer klettert und ihn konfrontiert mit dem grausamen Tod von Otto Ullrichs bricht er zusammen. Einzig seine Mutter kann ihn trösten und ja einen Nervenzusammenbruch verhindern. Das ist die Geschichte und sie endet sozusagen mit dem Ausspruch ich, was kann ich dafür, ich bin doch nur ein Schauspieler. Eben, nun hat man sofort, wenn man diesen Roman liest, eben historische Vorbilder im Kopf. Otto Ullrichs ist der Schauspieler Hans Otto, den die Nazis umgebracht haben und man findet in einer ganzen Reihe von Personen eben historische Persönlichkeiten wieder. Wie kam Klaus Mann dazu, diesen Roman zu schreiben? Er war im Exil 1933 schon ins Exil gegangen und wusste eine Weile nicht, was er für ein Thema verarbeiten sollte, worauf dann ein Brief von Hermann Kästen eintraf, den ich zitiere. Nun zum unbescheidenen Teil meines Briefes, für den ich mich gleich im Voraus entschuldigen will. Da mir aber Lanzhoff sagte, sie suchten nach einem neuen Stoff für ihren neuen Roman, und da ich selbst für mich, für meinen neuen Roman hin und her überlege, so überlegte ich mir für mich dieses und jenes und kam an eine Sache, von der ich glaube, dass ich sie sehr schlecht und sie sie sehr gut machen konnten. Um es kurz zu machen, meine ich, sie sollten den Roman eines homosexuellen Karrieristen im Dritten Reich schreiben. Und zwar schwebte mir die Figur, des von ihnen künstlerisch, wie man mir sagt, schon bedachten Herrn Staatstheaterintendanten Gründgens vor. Titel Der Intendant. Dabei denke ich nicht daran, dass sie eine hochpolitische Satire schreiben, sondern fast einen unpolitischen Roman, Vorbild des ewigen Bellamy von Moupassant, der schon ihrem Onkel das köstliche Schlaraffenland entdecken half. Also keine Hitler und Görings und Goebbels als Romanfiguren, kein Agit Prop, keine kommunistischen Wühlmäuse, keine Münzenbergjaden, aber doch etwa auch die Ermordung dieses Berliner Schauspielers, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Das Ganze im ironischen Spiegel einer großen, versteckten, freilich spürbaren Leidenschaft. Keine politischen Darstellungen, Gesellschaftssatire, Satire auf gewisse homosexuelle Figuren, Satire auf den Streber auf vielleicht viele Arten von Strebern. Im Ganzen der Hauptstadt erzählt, wie man Intendant wird. Ich glaube, solch ein Stoff könnte ihnen sehr gelingen und könnte durch die dritte Reichssphäre auch größere Chancen bieten. Ich sprach mit Lanzhoff darüber und erst gleichfalls meiner Meinung wird es ihnen auch wohl schreiben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich ihnen eine vage Anregung zu einem Theaterroman damit gegeben hätte. Tatsächlich schreibt Klaus Mann diesen Roman und schreibt in einer Selbstanzeige 1936 im Oktober folgendes. In dem Buch, das ich eben beendet habe, Mephisto, Roman einer Karriere, spielt die bürgerliche Gesellschaft eine Rolle. Aber in welchem Zustand finden wir sie nun? Sie ist blutrünstig geworden, sie ist zum Faschismus entartet. Man vergleiche die intimen Festlichkeiten mit Hausmusik und gebildeten Gesprächen, die ich in der Symphonie Pathétique zu schildern versuchte, mit dem makabren und provokanten Pomp auf jedem Ball im Opernhaus zum 43. Geburtstag des preußischen Ministerpräsidenten, der die Szenerie zum Vorspiel des Mephisto abgibt. Und weiter Höfgen verrät alles, was er bisher zu lieben behauptet hatte. Er verkauft seine Seele für den fragwürdigen Aufstieg im Dritten Reich. Wir sehen den höchst ehrgeizigen, höchst Begabten zum Intendanten der preußischen Staatstheater werden. Dieses Buch ist nicht gegen einen bestimmten geschrieben, vielmehr gegen den Karrieristen, gegen den Intellektuellen, der den Geist verkauft und verraten hat. Dass er begabt ist, macht die Sache erst doppelt arg. Höfgen, der Typ Höfgen, das Symbol Höfgen, stellt der ruchlosen, blutbefleckten Macht ein großes Talent zur Verfügung. Für die propagandistischen Zwecke eines infernalischen, totalen Staates lässt er zynisch etwas missbrauchen, was fast Genie sein könnte, wenn es nur moralisch von einer reineren Substanz wäre. Ja, und das ist das Geniale an diesem Roman, der, dennoch wie ich finde, heute fast nicht mehr lesbar ist, aus mehreren Gründen. Erstens diese politische Weissicht und dann dieses Charakterisieren von Menschen, die einfach jede Moral aufgeben, um Karriere zu machen in bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und diesen Typus treffen wir immer wieder, der ist auch heute aktuell. und diesen Typus beschreibt er eigentlich schon sehr gut, nun auch noch in einer Sondermenschenform, nämlich in der Menschenform des Schauspielers, der ja nun etwas ganz Besonderes ist, denn ein Schauspieler hat ja schon beruflich die Aufgabe, in immer wieder neue Rollen zu schlüpfen. Ich nenne nun ein paar historische Identifizierungen, zum Beispiel es taucht im Roman Rolf Bonetti auf, in dem hat man Bernhard Minetti und Victor de Kowa erkannt. Im Geheimrat Bruckner sei eine Mischperson beschrieben worden, nämlich sowohl Thomas Mann als auch sein Bruder Heinrich Mann. In Hedda von Herzfeld hat man gleich drei verschiedene Personen erkannt, einmal Therese Giese, einmal Mirjam Horowitz, die Leiterin der Hamburger Kammerspiele 1926 und dann eine dritte Person, die weniger bekannte Lucy von Jakobi, die im Theater mit Klaus Mann und Mirjam Horowitz unter Gustav Gründgens zusammengearbeitet hatte. Von Otto Ulrichs, der Hans Otto war und ein Schauspieler, ein kommunistischer Schauspieler, habe ich schon gesprochen. Ganz besonders problematisch erscheint mir die Darstellung von Juliette Martens. Historische Vorbild ist Andrea Mangabell, eine in Hamburg geborene Tochter einer Huguenottin und eines Pioci Kubaners. Sie war verheiratet mit Alexandre Mangabell, Prinz de Douala et Bonanio aus der ehemaligen deutschen Kolonie Kamerun, der sie verlassen hatte. Von ihm hatte sie zwei Kinder. Sie lernte 1929 Josef Roth kennen und erlebte mit ihm sechs Jahre zusammen. Als Roth emigrieren musste, folgte ihm Andrea Mangabell mit ihren beiden Kindern, doch die Beziehung zerbrach an seiner Eifersucht. Ganz deutlich wird in Dora Martin die berühmte Schauspielerin Elisabeth Bergner, die eben 1933 nach der Machtergreifung als Jüdin sofort ins Ausland gegangen ist. Die Görings, Goebbels, Erika Mann, alle, die sind einfach zu erkennen, auch in der Beschreibung ihres Äußeren, ihres Verhaltens. Karl Sternheim, der Pamela Wedekind heiratet und ein Speichellecker der Nazis, Hans Joost, der im Roman als Cäsar von Muck auftaucht. Bei dem jungen Nationalsozialisten Hans Miklas ist es schwieriger, eine Vorlage zu finden, da vermutet man, dass eben Thomas Mann aus mehreren Personen zusammen eine Person erdichtet habe. Auftreten tun in dem Roman die Mutter von Höfgen und seine Schwester, die eben sehr stark auch an die Mutter und die Schwester von Gustav Gründgens erinnern. Zur Mutter hatte Gustav Gründgens ein sehr, sehr enges Verhältnis. Wenn man den Roman liest, zumindest mir ist es so gegangen, man fragt sich sofort, wer ist wer, und schlägt nach und recherchiert, aber eigentlich ist es gar nicht nötig, worauf ich später noch zu sprechen komme. Als das Buch in der Bundesrepublik erscheinen soll, klagt der Adoptivsohn und Alleinerbe Peter Gorski, der Adoptivsohn und Alleinerbe von Gustav Gründgens gegen die Publikation. Und tatsächlich kann das Buch 1966 in der BRD nicht erscheinen. In der Hauptverhandlung wird folgender Satz gesagt. Die deutsche Öffentlichkeit hat kein Interesse, ein falsches Bild über die Theaterverhältnisse nach 1933 aus der Sicht eines Emigranten zu erhalten. Das ist gesagt, waren drei Jahre nach Gründgens tot. Die Sicht eines Emigranten, das ist schon heftig. Auch eine Revision gegen dieses Urteil wurde zurückgewiesen, aber eine Veröffentlichung in der Zukunft nicht ausgeschlossen. Tatsächlich wurde dann der Roman 1981 im Goewold Verlag veröffentlicht, aber es hatte schon vorher mehrere Raubdrucke gegeben, seit 1956, da der Roman in der DDR erschienen war, und Intellektuelle Kreise in Kanten. Schon 1979 hat Ariane Nuschkin im Pariser Theatro du Soleil eine Bühnenfassung davon gebracht. Und was für mich bei diesem Roman ganz wichtig ist, ist die Verfilmung des Romans von István Schabó im Jahr 1981 mit Klaus-Maria Brandauer in der Hauptrolle. Ein nach wie vor wunderbarer Film. Klaus-Maria Brandauer ein wunderbarer Höfgen Darsteller. Der Regisseur István Schabó ein deutsch-ungar-brüscher Film, ein Ungar, und der Film bekommt tatsächlich 1981 schon in Cannes den Preis für das beste Drehbuch und 1982 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Weitere Preise sind gefolgt und wirklich fulminant ist Brandauer in der Rolle von Gründgens. Das macht diesen Film auch heute noch sehenswert. Ich zitiere aus der Kritik dieses Films Gründgens Höfgen eben der Typ ein vom Erfolg Besessener und von der Macht Begünstigter. Ein Film, der etwas verfilme, was weit mehr als ein Schlüsselroman sei, eine Charakterisierung eines Menschentyps. Ein anderer Filmkritiker. Es ist eine Studie über einen Erfolgsbesessenen fast manischen Charakter, der sich in extreme Widersprüche einrichtete, um in und für seine Kunst leben zu können und macht einsichtig, dass die Sicherheit einer vom Leben abgespaltenen Existenz im Elfenbeinturm eine Illusion ist. Der Film eine geniale Metapher für eine Anpassung bis zum Äußersten, bis zum Verlust des eigenen Ichs. Mephisto, der Teufel, mit dem der Mensch einen Pakt eingeht, der von Gründgens perfekt auf die Bühne gebracht wurde und der eben der Pakt der Deutschen mit dem Teufel im Dritten Reich symbolisch wiedergibt. Der Film macht noch mehr als der Roman, der doch dazu führt, immer wieder nach den historischen Vorbildern zu schauen. Der Film macht das nicht, sondern hier wird wirklich ein Typ Mensch charakterisiert, beschrieben, ein begeisterter Schauspieler, ein begeisternder Schauspieler, der nicht anders kann, als auf der Bühne zu stehen. Jetzt hier noch mal ein Zitat aus einer Filmkritik. Die Maske des Schauspielers verdeckt die Gesichtslosigkeit des Individuums. Ja, diese essentielle Lehre, die manche guten Schauspieler doch charakterisiert, die eben immer ein anderer sein wollen, die immer in Rollen sich präsentieren wollen und dabei dann auf Vergessen Stellung zu beziehen und sich dann anbiedern der politischen Macht skrupellos und so mächtig sind, dass sie mächtig werden, weil einfach alle sie bewundern in ihrer Fähigkeit, in ihrer schauspielerischen Fähigkeit, dass sie letztlich dann doch machen können, was sie wollen. Es ist ein spannendes Buch und wirklich bewundernswert, wie Klaus Mann schon 1936 dieses Klima vor dem Zweiten Weltkrieg wiedergibt, wie er den Krieg heraufziehen sieht, wie er scharfzüngig beobachtet, was Sache ist im Dritten Reich in den ersten Jahren des Nationalsozialismus wo dann auch noch die anderen Länder in Europa, Frankreich, England, noch auf den Nationalsozialismus in Deutschland auch doch reinfallen. Das kommt natürlich nicht zuletzt, weil diese Manns international zu Gange waren. Sie sind international unterwegs, sie reisen viel, sie haben Austausch mit anderen Intellektuellen und da ist ihre prophetische, politisch-prophetische Gabe auch in gewisser Hinsicht doch verständlich. Vom Stil her, finde ich, ist dieses Buch heute nur noch schwer lesbar. Es kommen einfach Begriffe vor, es kommen Beschreibungen vor. gerade von der POC Juliette, die heute nicht mehr tragbar sind. Sie ist eben die schwarze Wilde, mit der man seine sexuell abnormale Lüste ausleben kann, das ist einfach indiskutabel. Sowas kann man heute auch nicht mehr zitieren. Interessant finde ich, dass Kästen ja Klaus Mann aufgefordert hat, gerade die Karriere eines Homosexuellen zu beschreiben in seinem Roman und das tut Klaus Mann überhaupt nicht. In dem ganzen Roman fehlt die Queer-Komponente und das, obwohl sie genau diese Personen eigentlich, die im Mittelpunkt stehen, Ausmacht, Erika Mann, er selbst, Klaus Mann, Therese Giese, Marianne Hoppe, Pamela Wede, Pamela Wede kennt, Gustav Grund, Menschen, die Queer waren, Homosexuell, Bisexuell, Lesbisch, ja, die eben eine Sexualität ausgelebt haben in den späten 20er, Anfang der 30er Jahre in Berlin auch vor allem, die sehr, sehr modern wirkt und gerade in der heutigen Zeit, wo das Queere so eine große Resonanz auch in der Literatur, im Theater, in den Filmen findet, interessant gewesen wäre. Aber genau das tut Klaus Mann überhaupt nicht. Und man fragt sich ein wenig warum. Nun, sicher war, das homosexuelle Dasein zur Zeit, als er den Roman veröffentlicht hat, 1936, nicht etwas, was auf große Begeisterung bei einem literarischen Publikum gestoßen wäre. Aber ich vermute auch, dass es sein kann, dass er einen Karrieristen beschreiben wollte. Einen Karrieristen, der alles tut, um Karriere zu machen und zum anderen eben auch wirklich nichts anderes kann als Schauspielen. Das ist seine Natur und von daher auch in gewisser Hinsicht verständlich. Und dieses Schillernde, das macht doch die Faszination dieser Figur aus, die Brandauer hervorragend verkörpert hat im Film. Und diese, das ist das eigentlich Entscheidende und dass die Hauptfigur eben Homosexual Bi oder auch Sardomaso Züge hat, was für Gründ ganz offensichtlich wohl nicht zugetroffen hat, das spielt eigentlich für den Roman, für diesen politischen Roman keine Rolle. Ich denke, dass er das deswegen auch nicht formuliert hat. Klaus Mann, Mephisto, 1936 im Exil erschienen, verfilmt 1981 mit Karl Maria Brandauer, mit Klaus Maria Brandauer. Entschuldigung. Mephisto, Mephisto,